»Was siehst du?« flüsterte Albert, zog den Kopf zurück und setzte etwas lauter noch einmal an. »Was siehst du?« Er leckte sich die trockenen Lippen und wischte an der Wand entlang den Schweiß von seiner Stirn. Der Gedanke, der armselige Ausblick durch zwei roh gezimmerte Holzlatten könnte sein letzter Eindruck von der Außenwelt sein, ängstigte ihn nicht nur, er amüsierte ihn zugleich. Dieser Flecken im Nirgendwo würde schon allein durch seine Bedeutungslosigkeit alles, was ihm bevorstand, lächerlich wirken lassen. Ich werde in einem Stall verrecken, inmitten von Bauern und Kameltreibern, umschwirrt von Fliegen und mit dieser herrschsüchtigen Sonne über mir, deren Strahlung ein Gewicht zu haben scheint, unter dem das Holz des Schuppens ächzt. Er näherte das Gesicht wieder dem Spalt, kniff das linke Auge zusammen und blinzelte hinaus. Auf dem gelblichen Erdboden war, wie aufgemalt, ein blasser Pfad zu erkennen, eigentlich nichts weiter als eine Spur nackter Füße, und doch schien er Albert in diesem Augenblick so absichtsvoll gerade, als hätte ihn jemand angelegt. Was siehst du? Präge dir alles genau ein. Er bemerkte, wie seine eigenen Worte ihn beruhigten und entschied, sich weiter zu sprechen. Lass dich von diesen Hungerleidern nicht einschüchtern. Sie sind nicht deine Feinde. Sie wissen nur nichts von dir. Sie wollen Geld und vielleicht noch etwas anderes, worüber sie nicht reden. Aber all das hat nichts mit dir zu tun. Du schaust dich um, wie immer, prägst dir ein, was du siehst, und wirst davon berichten, wem und wann auch immer, so präzise wie möglich. Sein Auge tränte, und der Staub ließ ihn husten. Er kniete nieder und lehnte den Oberkörper zurück. Jetzt begannen die Fesseln zu scheuern, die Blutarmut lähmte seine Hände. Er bewegte die Finger, stellte sich vor, einen Fahrradlenker zu halten, und plötzlich verließ ihn der Mut. Er ließ sich auf die Seite fallen, wobei die Hände an den Fesseln zerrten. Er stöhnte, blickte unruhig im Verschlag umher, robbte auf die Blechschale zu, die sie ihm dagelassen hatten. Er schob sein Kinn hinein, nur um festzustellen, dass sie leer war. Das wusstest du, und doch hast du nachgeschaut. Er schüttelte den Kopf über sich selbst. Er schob mit der gleichen Bewegung die Blechschale von sich. Draußen war das Gemecker, von Ziegen zu hören. Von fern her wurden menschliche Stimmen herangeweht. Das einfallende Licht veränderte sich. Albert döste vor sich hin. Wie leicht sie es sich gemacht haben, dachte er, einen wertvollen Gefangenen einfach nur zu fesseln und in einen leeren Schuppen zu sperren. Nichts daran wirkte vorbereitet oder gar geplant. Sie improvisieren, dachte er, und fragte sich, ob das ein gutes Zeichen sei. Der Ruf des Muezzin lenkte ihn ab. Er dachte an die Stadt, die wieder so weit entfernt zu sein schien, wie bei seiner Anreise. Von der Ruf des Muezzin lenkte ihn ab. Untertitelung des ZDF, 2020